Hast du ein paar Minz für mich, dann baue ich ein B.S. für dich. Mit 99 Smorgelschützen kannst du jede Frick wegrotzen. Explosiv und DMP tun auch jeder Kaffee weh. Mit 99 Smorgelschützen bringst du jede Frick ins Schwitzen. Gut getroffen, großer Knall und ne Frozen Corpse schwebt durch das All. Siehst du nen bunten Strahlaufleuchten, muss das auf einmal hindeuten. Ganz klar, die beste Lasershow liefern dir sowieso. Doch mit Heavy Nuss den Strom abdrehen und du kannst die Lichter ausgehen sehen. Denn ein Amar zieht seine Kraft aus Kapazitor-Lebens-Aff. Vom Amar der beste Freund, der ist ein B.S. Laserpointer. Im Kaufbüro der größte Idiot, darin sind am Malt fit. Zu mehr sind die nicht zu gebrauchen, die kann man in der Zweifel rauchen. Denn im galente Alltagstrott machen wir Summer Crab als Schrott. Siehst du Raumschiff Wetzel hier und da, flog hier vor kurzem noch ein Wimmertal. Denn schon nach einer kurzen Weile verlieren deren Schiffen 91 Teile. Beim Schaden einer Autokennen, könnte ich beinahe schon Instant Pennen. Beim Schaden von Artillerie, Mensch, über 99 Dämmel sehe ich nie. Vor Mittenmatter muss man noch warnen, sie verstehen es sich gut zu taten. Im Dunkeln sieht man sie dann kaum, wenn sie fliegen in nem hohlen Baum. Am Ende doch, versteht das Bug, wenn wir ihnen sagen... You suck! Es ist die galente Demokratie, mit unserer Uber-Technology. Hochmut, der kommt vor dem Fall, es sei denn, du fliegst schon ne Karakall. Dann geht's nur noch abwälzen, nicht mehr rauf, denn beschissen wurdest du schon beim Raumschiffkauf. Ich sag es lauter und nicht nur leise, Missiles sind die größte Scheiße. Denn wir wissen, Weapon Master nutze 99 Millimeter Heavy Blaster. Instant Damage, hohen Blut, denk doch Kaltari, die sind nicht so mutig. Die sind Liebe oft und gerne, ganz weit weg, ja in der Ferne. Treffen nicht, machen keinen Schaden, da können sie auch noch so oft nachladen. Sie sehen ein am bitteren Ende und skillen um auf Progalente. Hast du einmal großen Ärger, hol dir den galente Träger. Denn nur einer ist der Boss und das ist der in der Thanatos. Vorwärts schneller, immer weiter, gleich hinter dir 99 weiter. Hängen wir an deinem Eck und fressen dir die Schilde weg. Der Boss denkt nur noch rein, er ist TÖTEN! Und dir geht die Amor flöten, wir schlagen Flammen aus dem Rumpf. Und jetzt spielst du deinen letzten Trompf, rupst schnell zum nächsten Sternentor. Doch da steht ne Babbel vor. Letztlich denkst du, das wird teuer, siehst 99 Lichter, das ist Mündungsfeuer. Mit ein Prozent Struck noch durchs Sternentor, grenzt du ins nächste Mündungsrohr.